Das digitale Zeitalter ist da. Es ändert die Spielregeln und mischt die Karten neu. Wer werden die Gewinner von morgen sein? Alle, die Prozesse verbessern. Und alle, die genau verstehen, was ihre Zielgruppe braucht. Alle, die ihre Kunden mit emotionalen Erlebnissen überraschen. Und ihnen ermöglichen, dort mitzumachen, wo sie nicht dabei sind. Alle, die den Menschen das Leben vereinfachen. Und ihre Chance ergreifen, dort zu arbeiten, wo es ihnen gerade passt. Einfach alle, die die Zeichen der Zeit erkennen und nutzen. Das Spiel ist eröffnet. Jetzt sind sie am Zug. Also sind sie nicht zu finden. Vielen Dank.